Das ist so langweilig. Mein Freund ist ein Wort. Die warten ja auf mich. Die warten ja auf mich. Das sind auch nicht meine Freunde. Ich musste mal mit. Ich wollte gar nicht hierher. Ich finde es nicht so gut. Wir liegen jetzt hier schon seit drei Stunden rum. Es ist Schweine heiß. Wenn man zu wandern geht, muss man auch immer alles mitnehmen. Ich habe ein bisschen meine Bette mit. Ein Wasser. Ein Apfel. Und meinen Lippenstift. Ich weiß auch gar nicht wo wir sind. Ich weiß gar nicht wo wir sind. Ich weiß nur, dass wir in der DDR sind, die jetzt keine DDR mehr ist. Aber ich weiß nie was hier ist. Ich weiß das so Wasser. Aber ich weiß auch nicht was das für ein Wasser ist. Deswegen wenn die mir jetzt wegrennen. Dann will ich glaube ich niemals zurück nach Hause kommen. Ich schlafe mal ein bisschen. Hier gibt es noch Pflanzen. Ich weiß gar nicht was das für Pflanzen sind. Ich glaube das ist Primmel. Jungs. Primmel. Oh Mensch. Die liegen jetzt echt schon seit drei Stunden hier so rum. Andere Leute finden das schön. Am Sonntag. Die ganze Woche arbeiten. Und am Sonntag geht man eben raus. Ein bisschen rumspazieren. Wenn ich nach Hause komme, machst du drei Kreuze. Musst dich drei Kreuze. Die warten aber echt nicht auf mich. Wo ist das Laufen jetzt? Wenn die weg sind, weiß ich echt nicht wie ich nach Hause komme. Ich weiß echt nicht wo wir sind. Die haben mir das alles erzählt. Aber ich habe es wieder vergessen. Och ne. Ist das auch so heiß. Ich glaube wir gehen da jetzt in Wasser. Das habe ich mir gemerkt. Wir gehen jetzt in Wasser. Das ist ja wirklich so kuhscheiße oder so. Oh, glücklich. Ich mache die Kamera aus. Bis dann. So, hallo. So, nun geht es bergab. Es geht nicht runter jetzt. Es ist so steil. Ich bin so etwas mitgewegen. Ich muss auch immer gucken wo die sind. Nicht gut. Ich hätte ihn heute. Okay. Nee. Nee. Wenn ich so zur Seite laufen kann ich nicht abrufen. Oh, das ist ja wieder ein Caprimelein. So scheiße. Du bist ja auf mich nicht. Du bist ja auf mich nicht. Du bist ja auf mich nicht. Nein. Du gehst immer hoch und runter. Hoch und runter. Ja, das ist ja hier nicht. Du bist ja weg. Oh, mein Seite. Der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Dieses ist sehr gut. Hier sind auch stormy, stormy, stormy bras. Der ist doch gut. Dann kommt es jetzt hier. Siehste, es ist gefährlich, richtig gefährlich, auch. Immer noch, jetzt weiter. Es muss weitergehen, immer. Der hat gerade geguckt. Ich möchte keine Spächer zeigen. Ich komme. Ich komme. Scheißwald. Einen Tag. So, wir sind jetzt am Meer. Ich habe mich ein bisschen geruhigt. Hier ist ruhig. Irgendwie ist das jetzt besser. Also, irgendwie. Aber. Das ist kein richtiges Meer. Das hat gar keine Wellen. Das ist so ruhig. Krass. Jetzt gucken sie. Oh ne, jetzt machen die Fotos. Ja. 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 Ja.